Hallo, heute stellen wir euch die App Too Good To Go vor. Ausbeute für 8 Euro. Hi, hier ist wieder eure Tascha Luna und wir waren heute wieder für Too Good To Go unterwegs und haben wieder Lebensmittel gerettet. Und schaut euch diese Ausbeute an. Wir waren bei La Bella Italia. Das ist ein Feinkostgeschäft hier in Duisburg für italienische Speisen. Sehr geil. Und zwar haben wir bekommen ein riesen Jabata Brot. Guckt euch das an. Und es ist knusprig. Geil. Dann haben wir so zwei Kugeln bekommen. Ich mach das mal auf. Kräuterbutter. Sieht auch verdammt gut aus. Und jetzt kommt der Hauptdarsteller. Und zwar zweimal. Schaut euch das an. Lasagna. Die hat er gerade frisch aus dem Backofen rausgeholt. Mit Spinat, Bolognese. Und das riecht so verdammt gut. Und das werden wir uns jetzt richtig gut schmecken lassen. lich. very cub Argen. Ja. Solltecs fichern. Jo упa Adi. Hier하시는 die liebe처fe. Sollten Sie Ihnen drei, die Jawasen und werdetalisieren plateauschen. Jungen? Ich wohar. Weil ich habe diese Karate contraste. Vielen Dank.